Nimm mir nochmal. So, jetzt habe ich 5 Stück, kannst du dir die restlichen mitnehmen. Warte mal. Bleib stehen. Und du? Hey? Was machst du denn du? Ja. Du willst mich beklauen, ne? Nein, ich habe dir eine Blutfreie-Infusion gelegt. So, äh, pfff. Mehr brauchen wir nicht. Ich weiß, ich gehe jetzt hier haufen rum, aber mehr brauchen wir einfach nicht. Sollen wir noch in die Häuser reingehen oder wollen wir abhauen? Ja, ich würde ja sagen abhauen, wenn der da rumballert wie so ein geisteskranker. Du hin? Bist du schon drinne? Ne, ich bin hier drüben. Bin hier auf der Straße. Guck gerade, was noch hier rumliegt. Ach, komm, ich gucke mal schnell, ne. Feuer, Holz, ha, ha, ha. Und du bist jetzt gegenüber und das Gebäude rennen, oder was? Ja, sowieso ist so gut. Und du bist jetzt reingehüpft, oder was? Hm. Ei. Ich habe Wache schieben. Oder so. Ja. Könnte dann im Wald aufteilen. Und du bist jetzt gegenüber und das Gebäude rennen, oder was? Praktisch. Hm. Riechst du mich auch gleich kommen? Guck, guck. Äh. Oh, ich bin blind. Ja, muss gerade ausgucken. Genau gegenüberliegend. Da. Ja, 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 ja. Komm, geh raun. Sollst du die Sightseeing-Tour machen. Oh, ich muss was essen. Wär noch gut trinken, aber jetzt haufenweise. Ob ein Zombie so ganz gefährlich in meiner Nähe. Ey, mich nieder. Steh ich nieder, blübe. Oder herkommen. Warte, jetzt kann ich mal entscheiden, da kommt schon wieder, da kommt schon wieder einer. Richtung, Richtung hier, aber andere Richtung. Von hinten. Was? Ja, ein Zombie von hinten. Jetzt denk nicht wieder irgendwas Falsches. Scheiße. Ich will auch schießen hier hören. Ja. Ich hab auch gehört. Lauf, äh, lauf, äh, warte mal. Wo ist der Wald? Rechts von dir oder links von dir? Äh, rechts. Na dann lauf mal, los. Sobald. Gab's nicht mehr. Lassen wir's damit einfach machen. Also nicht ins Stadtinnere, sondern... Wald. Da, wo's auch grad hinlauf hat. Oho, oho. Hahahaha. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte das wäre schon überwiegend ein Zombie, der irgendwie... ... wie von der Tarantel gestochen. Ach, ich hab mir ein bissl wenigstens was geholt. Ich bin da so weit weg. Ach so denn. Was ist denn? Was ist denn das? Jetzt bin ich schneller, jetzt bist du schneller, oder wie? Wo sind wir denn jetzt? Da bist du. Nicht wie bei Alpha, den verliere ich jedes Mal. Ja, Alpha ist schlimm. Der macht irgendwie immer so... Er seh nicht! So weit weg, der verpinst dich dann irgendwie immer und ist dann irgendwo im Dunkeln. So. Abgehangen. Jo. Zuerst mal... Okay. Ah. Morandgebiet. Tja, du. Wo ist denn das jetzt? War jetzt Morandgebiet, oder was? Bin ich verarschen? Ich glaube, war das bloß Randgebiet, was wir jetzt hier mal abgekreist haben. Wollen das werden ja mal richtig drin sind, hallo? Wollen wir auf dem Map gucken? Warte mal, ich könnte ja die Waffe mal... ...tauschen. Ähm. Wie hieß das? So. Stole. Ah, da kannst du aber... ...dann besser zielen. Der Pistole. Der Pistole. Der Pistole. Ja, wenn du recht rechst hast, du kurz einklickst, ne? Ja, das kannst du bei der... bei der Dings nicht hier, bei der... bei der Knie. Bei der... ...MP oder was das ist. Mg. Ach, guck mal. Ach, Messer haben wir alles, ne? Ja. Ein Knife haben wir. Also ich jedenfalls. Mit Zicke. Mit Zicke rillen? Wird sie Ziegel schlachten? Mhm. Du knallst nur die Art. Das ist doch scheiße. Ich will keine Kugeln im Fleisch haben. Ach. Und jetzt kann ich hier... ...einsammeln, oder wie? Flachten, oder wie? Hab die schon ausgenommen. So. Weiter geht's. Hab das rohe Fleisch auch schon. Ja, jetzt... ...versickert das Vieh im Boden. Ja. Ist ausgenommen. Scheiße! Scheiße! Ich hab einen Schuss gehört. Ich glaub auch, dass das... Wo? Wir sind ganz in der Nähe von dem. Aber jetzt hör das Gefühl, der kam so von rechts irgendwo. Ich hab grad das Problem, dass ich nicht weiß, ob das die Schüsse auf uns gerichtet waren. Aber ich glaube, ich hab einen Knacken gehört. Aber die Schüsse waren lauter als vorhin, hab ich das Gefühl. Korrigier mich aber. Ey, irgendwie ist das Silber verpackt. Das Gras verschwindet. Ne, das fällt bis um. Sieht aber komisch aus. Mhm. Das fällt um und kommt nicht mehr hoch. Ist ja auch geil. Na doch, es kommt dann später wieder hoch. Wenn du lieber Gras drüber machst, tust du es doch auch auf den Boden drücken. Ja, aber doch nicht komplett. Na ja, ne. Ja, ich weiß, ich bin wieder penibel, sag's doch. Und ich schwul aus, wie die da lang robben. Ich hoffe, das ging jetzt nicht auf uns sonst. Und ich bald wieder die A-Karte. Wenn ich schieße mal ab. Es sei denn, er hat einen Scharfschützen gewählt. Wäre ja natürlich unpraktisch. Ja, aber genau so hat's geklungen. Aber ich lege mich mal jetzt kurz hier. Mal ganz kurz gucken. Hier oben was gesehen. Ne, doch nicht. Also ich sehe jetzt nix. Ich sehe auch niemanden. Unten ist nix, oben ist nix. Weil ich hatte irgendwo einer auf der Map geschossen und das ist wieder verpackt. Was du jetzt auch kannst, weil du hast ja auch eins. Ja, das muss ich ja noch rausfinden, wie das alles noch funktioniert. Das ist ja alles noch so entjungend. Bei mir. B drücken. Alles? Was? B drücken für beinahe Kloas. Echt? Wow. Oh. Oh, Alter. Das zoomt aber richtig. Na eben. Und nochmal B, dann packe ich's weg, ne? Richtig. Ah. Ich lerne. Die Stadt übelst toten Stille da drin, so sieht es aus. Also das zoomt richtig im Gegensatz zu hier Warset, ne? Deswegen hab ich ja gesagt bei Warset. Ja, aber hier ist halt die Sicht kleiner, ne? Oh. Ist nicht wirklich was. Ist kein Schwanz. Ha. Ja, ja. Geh mal näher. Was ist das jetzt nicht gewickt? Ja, aber ich... Ne? Hab jetzt keinen gesehen. Also nicht wirklich. Das ist aber... Aber Dayset ist definitiv realistischer. Das liegt ja erscheint schon. Wenn du läufst und gleichzeitig zielst, ja? Ist ja bei Warset nicht so der Fall. Wie meinst du das jetzt so? Ach, das ist dann so mangelnd? Ja. Realistischer halt. Ja, wir sind hier. Ja. Und... Und... Ist halt... Arma, ne? Ist halt eine Simulation. Eigentlich. Aber ich muss... Ich... bin immer noch dem dankbar, der das hier hat... sag ich mal auf deutsch gesagt. Aber ist sowas hier? Ja, best schön. Oder wie jetzt... Oder wie jetzt meinetwegen Left 4 Dead. Gut, Left 4 Dead ist gut. Aber es ist halt im Endeffekt auch nur ein Shooter. Sozusagen. Hm. Im Endeffekt nur rumballern. Bis alle weg sind. Das hast du ja hier nicht. Ja, Survival. Das... Wenn ich jedenfalls survive, macht auf jeden Fall mehr Spaß. Hm. Na gut, so ein bisschen rumballern macht auch mal Spaß, ein bisschen zu metteln. Ja, aber auf Dauer halt nicht, mein ich jetzt. So, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Mit deinen Anzeigen. Watt, wie, wo? Ach so. Mit deiner Anzeige. Ja, mein... mein Trinken ist so langsam rötlich. Warte mal, hab ich nicht vorhin was eingesammelt? Ach nee, das hast du eingesammelt, ne? So war das. Machst du jetzt direkt. Ey, das was du grad seufst. Duft kommst du. Warte. Äh, lass uns mal eine Fläche suchen, wo man hier auch mal was hinlegen kann. Ich hab ne... ich hab ne leere Pulle. Wieso hab ich ne... wieso hab ich ne leere Sodaflasche? Pff, ich wusste dir den Mist einfach eingesammelt hast. Jo. Kann ich ja eigentlich wegschmeißen, ne? Ja. So war das, ne? Ablegen. Ist das jetzt weggeschmissen? Ja, die liegt hier. Gut. Lass legen. Hallo. Ich brauch's nicht. Warte mal, ja. Ich brauch keine... Wir haben so ne kleine Stelle, hier kann man was hinlegen. Oder? Ah, hier. Ja, hier sieht man's wenigstens. Warte, ja. Einmal das. Nein, kein Gras. Und einmal das. Und einmal das. Was hast du jetzt gemacht? Einmal trinken, einmal essen. Ah. Äh. Dann haust du dir das Kleber hinter den Backen und dann bist du wieder grün. Juchu. Guck. Guck mal, ich krieg's hin. Ach, du hast doch dafür Morphium rausgehauen. Du musst doch ein bisschen was in deinen Rucksack packen. Ich hab eigentlich kein Morphium rausgehauen. Ist egal, dann hab ich's rausgehauen. Klar. Ich hab's hingesammelt. Das gute Morphium, mein. Das gute Morphium. Ich saug erst mal ne Runde, ich hab doch... Urg, urg. Ja, ich denk mal, er ist bestimmt auch kleiner Hunger. Ähm, Hunger. Das ist das da, ne? Eat Food. Genau. Und fress ne Runde. Er frisst aber ganz schön kurz. Und was hast du mit Rucksack irgendwie, was hast du gesagt? Ja, wenn du, wenn du an so einer Stelle, so einer Ausrüstungsstelle bist, kannst du auf deinen Rucksack doppelklicken und dann hast du einen neuen... Hast du einen neuen... Du hast jetzt hier aber keine Stelle, deswegen kannst du das jetzt hier durchgemacht. Äh, hast du... Wieso sagst du das dann? Das hab ich dir in der Stadt gesagt, ey. Ich wusste dir aber nicht, wie's geht. Ich bin doch noch Jungfrau. Oh, ich bin tot. Wo? Wo? Alter! Der hat dich umgehauen, dann bin ich stiften gegangen, denk ich jetzt... Nimmst du die Beine in die Hand und haust ab? Da war ich schon tot. Der ist da irgendwo im Wald hockt der. So, mal kurz auf eine Unterbrechen, muss noch wieder auf dem Server sind. So, wieder da. Kamerovo. Crazy. Äh. Weiß es noch nicht, der überlegt nach wo er ist. Genau. Oh Mann, ey. Kamenka! Ach nein. Da war ich doch schon mal. Oder nicht? Ach du Scheiße, jetzt durften wir eigentlich richtig weit auseinander sein. Da war ich doch, wo wir angefangen haben heute, ne? Da war ich doch auch ein Kamenka. Ja. Scheiße. Und ich bin... Ich bin genau an derselben Stelle, wo ich vorhin auch war. Genau da bin ich jetzt wieder rausgekommen. Wieder am Wasser. Kamerovo. Ja, schön. Oder ist das... Ach doch, lauf einfach nach rechts. Klar, wir sind auch gleich wieder da. Kamerovo. Kamerovo. Kommt nach. Dings, ich bin an dem Leuchtturm, wo du vor uns warst. Ach doch, lauf einfach nach rechts. Oh. Ja, das dauert aber ne Weile bis jetzt. So am Wasser lang wieder. Wieder rechts vom Wasser. Ne, links vom Wasser. Dein Wasser muss rechts. Ja, dass das Wasser rechts ist. Ja. Oh, die verlaufen noch nicht in die Großstadt. Ne. Oh, da ist der Leuchtturm. Das ging aber jetzt schnell. Jetzt sehe ich schon direkt den Leuchtturm. Sehe ich schon direkt. Ach. Rück am Leuchtturm warten. Ey, da kommt einer angerannt. Kuckuck. Ö. Ne, das ging ja jetzt schnell. So gefällt mir das. Was machst du denn? Hinsetzen. Wie machst du denn das denn? Ich kann mich nur hinlegen. Ne, man kann mit Öl kannst du dich hinsetzen. Ne, mit Äl kannst du dich hinsetzen. Und mit dem, äh, rechts daneben, mit dem, mit dem, mit dem, mit Raute kannst du äh, salutieren. Okay. Ja, mit V kannst du eine ganz komische Bewegung machen. Warum denn mit V? Das ist bei mir auf Leertaste. Ja, da könnte ich hier. Ja, das ist, da kannst du über Zäune und so springen. So. Also musst du V drücken. Also das hätte vor uns bei dem Haus, wäre dann keine Leertaste gewesen, sondern V. Ey, heute haben wir Glück, ne, mit dem Treffen. Das muss ich schon mal sagen. Das ist aber, denke ich mal, jetzt nur Zufall. Ja, das ist sicherlich. Ich sag mal, gleich hoch oder was? Ja, jetzt sieht meiner anders aus. Es hat meine andere Oberteil an. Ja, ich sehe genauso gut aus wie du. Ja, meine hat nur das Oberteil an. Die sehen immer anders aus. Sollen wir noch das hinten nachkommen? Wir gehen gleich mal hier hoch. Wir gehen jetzt mal blind irgendwo hin. Ja, das haben wir ja vorhin auch gemacht. Ja, da wusste ich ja so ein bisschen. Ich weiß, dass es jetzt hier drüben ist. Oh. Wieso kann ich hier jetzt nicht hochrennen? Nö. Geht nicht. Oh, nicht. Ist das ein Weichei? Renn mal einen Berg hoch. Renn mal so einen Berg hoch, sagen wir mal so. Kann ich. Aber da oben bist du tot. Ja, tot nicht, aber da am Arsch. Ja, das ist schon richtig. Tauchen kann ich auch. Ah. Ist das irgendwo in der Mitte oder so, wo ich umkippen und... Wurde ich mal wieder runterrollen. Runterrollen? Hm. Warum denn rollen? Ich hoffe, geht auch schneller, oder nicht? Oder? Relativ, ne? Geil. So. Und das klebt immer noch ein. Oh, geil. Haha. Und nun? Vorsichtig, runter. Ich habe das nicht wieder gefunden. Ein Lager. Er hat sich hier mal ein Lager aufgebaut. Oh, ja. Einmal zubereitetes Fleisch bitte. Schmerzmittel. Stacheldraht brauchen wir nicht. Antibiotikum zweimal. Dose Coke. Machen wir alles mit. Nachtzüchtgerät. Cool. Ich habe hier alles gefunden. Safe Old Camping. Ne. Oh, ja. Geil. Ja. Dann kannst du das praktisch selber benutzen. Ich wünsche mir den Schwaban. Was ich gerade gefunden habe. Irgendeine Waffe. Ja. Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr. Dann wird der... Ne, hier kann er nicht gewesen sein. Das war ja weiter weg. Ach Gott. Sonst liegt hier nicht irgendwie mal was rum. So zufällig. Na, warum sollte denn da was rumliegen? Das ist doch alles... Boah. Ja, aber immer alles im Zelt rumliegen lassen. Das ist doch... Ach, aber eigentlich hat mir alles. So. Die werden sich wundern. Zelt in Lagerräume. Das alles mitgenommen, oder? Nö, nicht alles, aber... Ich meine, ich habe jetzt auch... Ne, hier ist eine Rauchgranate. Ja. Ja, ich habe Getränke und alles Wichtige mitgenommen. Antibiotikum und sowas. Wir haben euer Lager gefunden. Ja, und pass auf. Gleich kommt so in vorn und knall und sagt, pass auf. Ja. Ich seht, komm, ey. In diesem Gebiet noch ganz vorsichtig bleiben. Ja. Ja. Ja.